Gehören Sie auch zu den Unternehmern oder Menschen, die immer wieder sagen, ich bin ein schlechter Verkäufer, ich kann gar nicht verkaufen. Auch wenn viele Menschen nie Verkäufer sein wollen, ist dieses Thema sehr wichtig für unser Leben. Jeden Tag müssen wir verkaufen, als Unternehmer, als Mutter, als Vater oder als Rechtsanwältin, als Installateur, als Investor. Wir verkaufen unsere eigene Leistung, den Männerabend oder auch den Frauenabend. Früh schlafen gehen, Hausübungen machen, ein Urlaubsziel. Kurzum, alles im Leben ist Verkauf. Deshalb haben wir für Sie unser Buch Wir sind Verkauf im Verlag Sprenger-Gabler geschrieben. Es räumt mit Vorurteilen im Vertrieb auf und geht von der steilen These aus Verkaufen ist einer der schönsten Berufe der Welt, sofern man die richtige Haltung dazu findet und grundsätzlich ein Menschenfreund ist. Wir sind beide Selbstverkäufer aus Leidenschaft und stellen den Menschen und nicht die Verkaufstechnik allein ins Zentrum unserer Überlegungen. Wir erklären in vielen Praxisbeispielen, welche Überzeugungen und Klischees Verkäufer am Erfolg hindern. Und in Alltagsgeschichten von Verkäuferinnen und Verkäufern zeigen wir, wie die eigene innere Haltung zu Freude am Beruf, zu mehr Zufriedenheit im Leben und zu einer Steigerung des Verkaufserfolgs führt. Holen Sie sich eine kostenlose Hörprobe von unserem Hörbuch über unsere Homepage www.wirsindverkauf.com Sie können es natürlich über Amazon.com als Taschenbuch oder als E-Book gleich direkt kaufen. Sie werden sehen. Es lohnt sich.